hallo und herzlich willkommen hier bei julia die batiköchin und bei kokina bevor wir los starten gehen wir mal die zutaten durch und dann wäre ich euch noch da ist einmal nicht mehr ganz aber eine wunderschöne bauernbutter aus der model sehr liebevoll gemacht die ist vom bioboden und dann so genannten k-haken machen nicht mit dem teithaken der schafft keinen und außerdem hat diese unterlage auch eine zentimeter anzeige ich weiß dass es schummeln eine freude habt damit und sagt das halt nicht weiter seid ihr die helden wenn eure metallbällchen oder sowas besorgen aber glaubt mir die linsen die bohnen was auch immer ihr habt dann nehme ich jetzt einmal meinen kuchen heraus glatt streichen ich wünsche euch viel spaß beim torte machen und danach ich wünsche euch viel spaß beim torte machen und dann